Hi, ich bin der Martin Wolf von der Scutum. Hi, ich bin der Anne Wolf von der Scutum. Du bist gerade auf der Suche nach einem neuen Job oder bist mit einem bisherigen Job unzufrieden? Oder es passt alles, aber du denkst, es wird Zeit, etwas Neues anzufangen? Perfekt, wir suchen gerade jemanden wie dich. Wenn du unflexible Arbeitszeiten magst und völlig humorlos bist. Wenn du willst, dass deine Kollegen genauso humorlos sind und wenn du dich gerne in deinem Büro verkriechst und da vor dich hin arbeitest, dann bewirb dich lieber nicht bei uns. Wenn du aber Lust hast, viel Neues zu lernen, Spaß bei der Arbeit zu haben und mit netten Leuten zusammenzuarbeiten, dann freuen wir uns auf einen Anruf oder eine E-Mail ganz formlos.